wie küssen die die hand wenn ich da wäre und es um diesen kuss ginge dass die hand und die hält die so und dann gucke ich so leicht an diese lockere es war sehr schön mir jetzt auch gefallen nicht die wie kann man denn immer so übertreiben ich rede von einer 18 jährigen tanze wie kann man so übertreiben gott oh gott oh gott ja okay digga mach mich nicht geil und